Hey, hey, hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video, das ein Teil Informationsvideo ist. Und zwar geht es hier um Captive Minecraft. Captive Minecraft wird jetzt abgebrochen, da der liebe NickX, also Mr. NickXLP, jetzt mit YouTube aufhört und, oder zumindest pausiert, bis zu einer gewissen Zeit, bis die Schule nicht mehr so stressig ist, weil die Schule ist momentan halt im Vordergrund für uns alle, das sollte es auch sein, für mich jetzt auch, es war jetzt auch die letzten Wochen so stressig, da haben wir nie die Zeit dazu gefunden und er sagte so, nee, wenn ich mal was mache, dann mache ich sehr, sehr selten was, aber jetzt YouTube pausiere ich wahrscheinlich. Ja, ist halt dumm, dass jetzt Captive zum Beispiel aufhört oder so, aber, ja, ich denke mal, der NickX, der findet sich da irgendwann mal wieder rein, in ein paar Jahren, ein Jahr, zwei Jahre, keine Ahnung wie lange, aber auf jeden Fall wird er das, wenn es ihm noch Spaß macht, dann später sicherlich weitermachen. Ja, viel Glück, ne, Nicky? Und ja, ciao Leute, bis zum nächsten Mal. Wir sind nicht zu viel interessante, ob ihr nicht zufrieden. Bis zum nächsten Mal. Da haben wir zu Hause. swimming nicht aus, ohnehin schauen. millennium Eleven. Sوف Alma nicht nochmal. ל-todurch.